Dateipfad in Zelle anzeigen Manchmal ist es sehr nützlich, den Dateipfad eines Excel-Dokuments direkt im Dokument selbst anzugeben. So haben Sie beim Bearbeiten des Dokuments immer den Speicherort im Überblick. Wie Sie dies bewerkstelligen, zeigen wir Ihnen im nachfolgenden Video. Geben Sie in eine Zelle folgende Formel an. Ist gleich Info, Klammer auf Anführungsstriche, Verzeichnis, Anführungsstriche, Klammer zu, um den Verzeichnispfad in die Zelle zu schreiben. Möchten Sie auch den Dateinamen angeben, geben Sie die Formel Ist gleich Zelle, Klammer auf Anführungsstriche Dateiname, Anführungsstriche, Klammer zu an. Das Ergebnis spricht für sich. Das Ergebnis spricht für sich.